Hallo zusammen, hier ist wieder Hachala und schon wieder für euch in Battle for Astros unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir sind wieder im Archäologie-Gebäude und ich habe hier wieder ein paar Kisten umgetauscht, insgesamt 100 Stück und diese in die Zwergenkisten. Und hier bei den Zwergenkisten brauche ich ja noch eine Waffe und zwar einen Stab für Transmog, so das letzte Item aus Archäologie-Transmog, das mir fehlen würde, zumindest für ein Druid. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier wieder ein paar Kisten auf und hoffen, dass wir den Stab kriegen. Ich habe wieder ein Makro am Start, also heißt, ich muss die nicht händisch aufmachen, sondern kann einfach mein Makro durchballern hier. Was mir gerade einfällt, stimmt nicht ganz, ich habe noch eine Waffe, die bei Trollen droppen würde, aber das ist, meine ich, ein Schwert und das kann ich mit dem Druid nicht tragen. Und vielleicht weiß das einer von euch. Und zwar, diese ganzen Archäologie-Items, hatte ich gesehen, sind Battle.net-Account gebunden. Jetzt weiß ich halt nicht, ich kann mit dem Druid ja zum Beispiel keine Schwerter tragen, beziehungsweise kann sie halt auch nicht als Transmog lernen. Wenn das Battle.net-Account gebunden ist, wenn ich das jetzt mit dem Char hier kriege und das auf den Twink rüberschicke, ob ich dann trotzdem das Transmog bekomme. Weil ich bin am überlegen, falls ich den Stab jetzt irgendwann kriegen sollte, wenn ich ein bisschen Lucky habe, ob ich auf das Schwert dann auch noch gehen soll. Oder ob ich das dann mit einem Worry zum Beispiel farmen muss, der auf jeden Fall Schwert ertragen kann. Ob ich dann dementsprechend den Charm, mit dem ich Archäologie mache, danach auswählen muss, was für Sachen ertragen kann. Also da muss ich mich mal noch ein bisschen informieren. Vielleicht ist der eine oder andere ja da, der da eine Ahnung hat, weil er das schon mal rausbekommen hat. Und kann mir das in die Kommentare schreiben. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Erstmal muss ich natürlich jetzt eh hier den Stab kriegen. Und die Quests sind Draenor noch fertig. Da bin ich ja auch noch dran. So langsam wird es aber tatsächlich. Mir fehlen jetzt noch zwei Quests. Eine Quest von den Anquana. Ne, Akora heißen die, glaube ich. Ich sage es immer falsch. Und eines von den Clans von Draenor. Aber die letzten Dinger, die ziehen sich halt leider immer am längsten. Wobei ich eher am überlegen bin, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte die Quests fertig. Und es wäre eigentlich egal, wo ich Archäologie farm. Weiß ich gar nicht, ob es schneller wäre. Direkt die Zwergenfragmente zu farmen. Also man könnte ja auch die Zwergenfragmente einfach in Kalendor und Azeroth farmen. Da droppen die ja. Oder ob es schneller wäre, jetzt in Pandaria oder in WOD weiter die Kisten zu holen und so das Zeug umzuwandeln. Weil das Problem ist, es sind ja nicht sonderlich viele Zwergenabbaustätten in Kalendor. Und ich müsste, ich müsste mal kurz gucken. Warte mal, wenn wir jetzt mal kurz reingucken. Ich glaube, da sind nämlich tatsächlich nicht sonderlich viele. Weil das hier, die Dinger hier, das sind, glaube ich, alles Elfensachen. Das müsste, das müsste auch Elfen sein. Und da muss man halt relativ weit fliegen, ne. Das ist wahrscheinlich Trolle. Das hier wird wahrscheinlich einmal Zwergen sein. Das ist gut, das könnte auch Zwergen sein. Und das wird wahrscheinlich auch Trolle sein. Hier hat man halt extrem lange Strecken, die man fliegen muss. Und es sind halt auch viele von den anderen Classic-Fraktionen drin. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also da bin ich mir halt nicht sicher, was schneller ist. Und dementsprechend, wenn ich jetzt mit den Clanen von Draenor, beziehungsweise Arakor, so heißen sie, mal richtig ausgesprochen, fertig bin, dann muss ich es mal testen, was dann schneller wäre, wo ich mehr von den Sachen zusammenkriege. Jut, dann machen wir hier das Zeug nochmal auf. Und dann müsste ich halt schauen, wie das mit den Account-Bounds ist, ne. Also mit den Waffen, wenn ich die zu einem anderen Charge schicke, ob ich das dann auch kriege. Aber wenn ich dann Zwerge und Trolle gleichzeitig machen könnte, dann wäre es vielleicht schon ganz okay von der Geschwindigkeit her. So, jetzt brauchen wir aber erstmal den Stab. Ist es das? Ist es der Stab? Oh boy, oh boy, oh boy. Ich glaube, ich habe den Stab drin, 150. Nice! Jetzt brauche ich halt 150 Dinger. So gut, so gut. Okay, da müssen wir uns um die Zwergendinge jetzt keine Gedanken machen. Leute, die Freude ist groß, wüsste wie viel Archologie ich gemacht habe. Oh boy, da ist er. Da ist er, der Stab. Jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Transmog ist. Da haben wir ihn. Oh yeah! Transmog abgeschlossen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Gut, jetzt können wir hier die Dinger noch durchhauen, weil es eh egal ist. Also, jetzt ist jetzt halt die Überlegung. Ich habe jetzt halt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich habe jetzt hier noch ein paar Kisten, ihr seht. 216 Kisten haben wir. Ähm, ich brauche ja noch ein paar Quests. Also, ich kann ja die Dinger auch quasi ausgeben für die Ankoan. Ähm, Arakoa. Warum sage ich immer Ankoana? Ich verstehe es nicht. Arakoa kann ich sehr ausgeben. Das ist das eine. Oder das andere wäre und für Clan of Clans von Draenor dafür ausgeben, um einfach die Dings zu bekommen, die Quests. Dann wäre ich damit fertig. Oder das andere, was ich machen könnte, ist halt auf die Trolle gehen. Aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob das funktioniert. Ich glaube, ich versuche erst mal die Quest-Sachen wegzubekommen. Und dann können wir, können wir das mit den Trollen immer nochmal irgendwann machen. Weil das ist halt, wie gesagt, kein Transmog, was ich für einen Druid brauche. Das wäre halt dann Transmog für Worry oder halt alle, was Schwerter tragen können. Gut, das muss ich mir noch überlegen. Schreibt mir gerne rein, was ihr so denkt in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Eutela. Bis dann. Ciao.